Herzlich Willkommen zu The Data Brothers, der Podcast mit Meinung, Erfahrung und Geschichten rund um das Thema Business Intelligence mit Andreas Bebersdorf und Markus Wegener. Hallo zusammen, ich darf euch heute begrüßen zu einer neuen Folge von The Data Brothers und wie immer ist es so, ich sitze hier mit dem Markus. Hallo Markus. Hallo Andreas, ich bin ganz gespannt darauf, wie du jetzt unser neues Thema einleitest. Also los, los. Oh, ich bin auch tatsächlich gespannt, wie du das findest. Ich habe dir ja einen kleinen Teaser gegeben. Markus, ich war diese Woche auf einer Veranstaltung bei der InTouch in München und ich habe tatsächlich mal festgestellt, dass auch andere neben uns, die nicht Power BI machen oder ähnliches, auch spannende Themen haben und die uns überschneidend auch treffen. Und zwar, wie kann uns KI im Business helfen? Was hältst du von dieser Idee? Ja, ich bin sehr gespannt, weil ich bin bei KI ja noch geteilter Meinung. Ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass wir die gleichen Szenarien immer wieder sehen. Das heißt irgendwie so die Vorschau für die Wartung. Also es sind immer diese typischen Themen, die da kommen. Warum? Gleichzeitig, ich meine, es wäre so letztes, ach, das ist schon wieder Jahre her, da war ich bei Microsoft und auch da wurden die Partner immer mal wieder ermutigt, sagen wir mal, KI-Anwendungsfälle mit reinzunehmen und jeder denkt so groß. Und gleichzeitig, wenn man in Microsoft in die Produkte reinguckt, findet man an verschiedensten Stellen, ja, Algorithmen, die einem helfen, etwas zu machen. Sei es eben zum Beispiel Spalte aus Beispielen innerhalb von Power BI, was sehr, sehr klein ist, aber eben ein Muster erkannt wird und vorgeschlagen wird, was denn das für ein Stück Code für die Transformation sein könnte. Und daher, ich bin gespannt, was du denn für Anwendungsfälle hast oder was du denn so denkst, was wir da machen können. Ich habe tatsächlich welche mitgebracht. Also der Kollege, ich habe das mir nicht selber ausgedacht, hat wirklich drei tolle Anwendungsbeispiele. Wir verlinken das hinterher auch. Der Adam Eck hat das toll gemacht. Aber ich will eigentlich mit etwas anderem anfangen. So wie du es schon sagtest, wir haben alle so ein bisschen, ich will nicht sagen Respekt, sondern kann uns KI wirklich helfen. Und was er als allererster gesagt hat, ohne die Hilfe des Menschen ist die KI, und er nennt sie dann gar nicht KI, sondern er nennt das eigentlich Machine Learning, ist die KI wirklich nicht schlau. Also sie braucht Hilfe und Unterstützung. Und er hatte den ersten Anwendungsfall auch schon mitgebracht und den fand ich persönlich wirklich gut, weil stell dir vor, du hast verschiedene Systeme, wie SAP, Navision, du weißt, es gibt da ganz viele Systeme, irgendein CRM-System, die miteinander in irgendeiner Form matchen müssen. Und er hat das für das Thema Kontenmapping benutzt. Er lädt aus mehreren Systemen die Daten rein und versucht dann an Hilfe von KI, die Konten zuzumappen. Und er hat es auch gezeigt, wie das funktioniert. Natürlich war die Quote zu Anfang nicht so gut, aber durch das Eingreifen des Menschen, der dann sagt, das Konto Umsatzerlöse passt zu dem Sales Revenue aus der anderen Struktur, ich kann dort diese Intelligenz unterstützen und sagen, dein Mapping war nicht schlecht, aber ich habe hier etwas, was richtig ist. Und nicht das, was du meinst, was per 80% richtig sein könnte. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass gerade für das Thema Zuordnung von Strukturen aus unterschiedlichen Systemen durch KI gestützt, mit Hilfe des, ich schaue nochmal drüber, denn in diesem Planungsprozess, um das es hauptsächlich ging, war es halt so, dass viele Kollegen die meiste Zeit damit verbringen, diese Konten manuell zuzuordnen. Und was man mit der KI schafft, ist dieses, ich nenne es mal wiederholende Tätigkeiten abzunehmen. Das heißt, wenn du es nächsten Monat wieder machen müsstest, manuell, oder du brauchst dir ein Excel-Makro, das sparst du dir und das macht dann die KI. Die unterstützt dich dabei und vermeidet zukünftig, nicht beim ersten Mal, aber zukünftig diese Fehlerquellen. Und das fand ich zum Beispiel einen tollen Ansatz. Ja, finde ich schwierig teilweise manchmal an der Stelle, weil wir ja gerade dahin sprechen, uns überlegen müssen, wer nimmt denn eigentlich die Verantwortung für die Arbeit? Und das bist ja dann auch wiederum du. Und jetzt heißt es, du kannst die Arbeit der KI überprüfen, aber wie genau machst du das? Oder ist es nicht sogar so, wenn du jedes Konto selber in die Hand genommen hättest und zugeordnet hättest, wärst du viel genauer gewesen, als wenn du einen Vorentwurf bekommst und sollst das nur noch mal nachprüfen. Also bringt dich das jetzt wirklich in der Richtung weiter? Ich meine, bei Kontenzuordnung haben wir ja auch durchaus, sollten wir auch sehr, ist ja wieder, wir Deutschen sind ja auch mit unserem Kontenplan immer sehr strukturiert und es gibt ja auch Vorgaben. Das heißt, wir haben auch entsprechende Nummernkreise. Das sollte ja schon ziemlich gut aufeinander passen. Ist jetzt auch nicht, ich würde fast behaupten, nicht ganz so die Schwierigkeit an der Stelle, aber gerade auch eben dieser Verantwortungsthematik sehe ich es immer wieder kommen, dass wir Menschen nachher, wenn du es überspitzt sagst, nur noch der Sündenbock ist, der nachher herhalten muss, wenn man auf irgendjemand sauer sein soll. Weil ich kenne diese Thematik mit dem Kühlschrank, der automatisch Inhalt bestellt. Und wer ist jetzt haftbar, wenn plötzlich tausend Pizzaschachteln mit Pizza bestellt werden, derjenige, der das Produkt falsch bedient hat, den Kühlschrank, der Softwareentwickler, der Hersteller, wer kann da überhaupt in die Haftung genommen werden? Und genauso stelle ich mir das bei deinem Planungsthema vor, wenn plötzlich doch unplausible Zahlen rauskommen oder man im Nachhinein feststellt, dass das Zuordnung nicht richtig war. Ja, was hat man denn da für sich rausgenommen? Wer zieht denn diesen Punkt? Und ich habe es mit einem Kollegen letztens auch besprochen, der hat mir über seinen Einsatz von ChatGPT berichtet. Und der sagt, für mich ist es so lang akzeptabel, wo ich sehe 80% Trefferquote und so weiter und ich bereit bin, diese 20% Fehler auszubaden, weil es mich produktiver macht. Und das ist so, glaube ich, dieser Punkt, den wir, glaube ich, sehr, sehr schwer einschätzen können müssen. Macht es uns produktiver? Was machen wir mit der gewonnenen Zeit? Und wer ist bereit, dafür die Verantwortung oder Haftung zu übernehmen? Oder siehst du das anders, Andreas? Ja, ich sehe das total anders, weil du bist schon wieder in dieser typisch deutschen Rolle. Ich kritisiere das jetzt mal, weil, Markus, du bist in dieser Rolle, Mensch, das geht doch alles nicht, weil. Wir müssen uns mal davon lösen, dass wir immer alles in der Hand haben können, weil wir es haben wollen. Allein das mit dem Kontenmapping war das Beispiel. Deswegen hatte ich es aufgegriffen. Der Kunde, der das einsetzt, spart dadurch wirklich Zeit. Und du weißt, Zeit ist immer auch ein Geldthema, denn auch wenn der Mensch da ist, er muss es ja tun. Und es ist so wie früher mit den ETL-Prozessen. Wir kommen weg von Daten sammeln, sondern Datenanalyse. Und er muss jetzt nicht mehr warten, bis jemand das Mapping geprüft hat. Aber du kannst ja trotzdem dein Excel-Sheet als Unterstützung nehmen. Aber du weißt, wie immer, es kommen immer noch Konten, die also noch nicht zugeordnet. Und das unterstützt dieser Prozess. Geht eher darum, er nimmt dir zeitraubende Sachen weg und du erhöhst die Geschwindigkeit, wenn du endlich in diesen Prozess kommst. Und das war tatsächlich das, was das als Outcome hatte. Denn zu Anfang war tatsächlich dieses Kontenmapping nicht so gut. Aber ich nehme mal ein zweites Beispiel, weil du es auch mit den Planungsdaten ansprachst. Die haben das nächste Thema gehabt. Jetzt sammeln sie Plandaten von mehreren Gesellschaften ein. Und was auch da mal passieren kann, du weißt selbst, ist, man gibt die Werte ein, man liefert sie ab. Und es musste wie immer schnell sein, weil jeder Planungsprozess bedeutet, er kommt überraschend. Und am Gestern musste abgegeben werden. Und vorgestern war eigentlich die Bekanntgabe. Und die meisten in der Hektik vergessen, vielleicht mal ein oder andere Optimierung in ihren Zahlen zu machen. Und was beim Datenimport gemacht wird, die Daten auf Plausibilität zu prüfen, dass da keine zu großen Ausreißer drin sind oder es muss ein erklärbarer Ausreißer sein. Und dass man diese Datenimporte dann auch entsprechend abweisen kann. Und in den Prozess, die haben ein Workflow dahinter, den Prozess zurückgeben und sagt, Markus, guck nochmal drauf, kann sein, dass das nicht ganz stimmt. Und erst wenn du es dann bestätigst, sind die Zahlen mit deinen Planwerten für deine Gesellschaft, für deine Bereiche in dem System. Dass zumindest kein Unfug in das System kommt. Also natürlich kannst du es nicht 100% verhindern, weil wenn du am Ende sagst, ich gucke nicht mehr drüber und klicke trotzdem auf OK, komme ich zu dem Punkt Verantwortung, den du nanntest, dann bist du natürlich in der Verantwortung. Die KI unterstützt dich ja nur trotzdem. Und das hat er ja auch immer wieder so sehr herausgezogen. Das fand ich wirklich gut. Am Ende ist die Verantwortung nicht bei der Maschine. Das ist genauso, wenn du Auto fährst und die Bremsen versagen, weil du dich nicht darum gekümmert hast, dass dein Auto immer einsatzbereit ist. Du musst immer dafür sorgen, das haben wir ja alle immer gelernt, dass dein Fahrzeug einsatzbereit ist. Da bist du auch für verantwortlich, wenn zum Beispiel die Bremsbeläge runter sind oder tolles Beispiel, auf der Autobahn du bleibst liegen. Das wäre ja oberpeinlich, wenn du vorher nicht getankt hast. Es gibt auch dort Warnsysteme, die darauf hinweisen, dass dein Tank so ziemlich am Ende ist. Und insofern, wenn du all diese Warnungen und diese Unterstützung ignorierst, bist du in der Verantwortung. Wieder das Beispiel Planzahlen. Jetzt sind die Zahlen dort. Und stell dir vor, du hast ganz viele Gesellschaften, viele Produkturne. Es kommen halt viele Zahlen auf dich zu. Und wir wissen beide, es wird immer mehr. Jeder erwartet, dass du deine Produkte entsprechend planst, deine Kunden. Dieser ganze Vertriebsprozess, er wird nur unterstützt. Verantwortung, und das fand ich, war wirklich ein tolles Credo. Am Ende ist der Mensch immer noch in der Verantwortung. Die Maschine unterstützt nur. Ja, aber das finde ich ganz interessant, weil jetzt haben wir wirklich diesen Twist, dass wir gesagt haben, okay, ich bin der aktive Part, der Mensch. Ich lasse mich aber von der Maschine im Prinzip kontrollieren oder unterstützen, als Assistenten wirklich. Das finde ich sehr gut. Und was wir da erkennen können, ist ja auch, das ist ja unter dem Gesichtspunkt, jetzt bin ich gespannt, was du erzählen kannst, wie weit sie da einen Einblick gegeben haben, oder ob die überhaupt gar keinen Einblick gegeben haben, sondern nur mal die Szenarien aufgesagt, wäre ja sowas in der Rahmen Anomalieerkennung. Also im Prinzip, ich gebe immer wieder rein, meine entsprechende Planung, die ich habe, und er guckt, ob irgendwo große Abweichungen sind, mit denen er nicht rechnet, oder wie machen sie das? Hast du da einen Einblick erhalten? Also einen tieferen Einblick gab es natürlich wie immer. Du kennst Produktdemos in der Form nicht, aber der Punkt war, diese Anomalieerkennung war natürlich auf Basis vergangenheitsbezogener und konkurrierender Produkte. Das heißt, du hast auch Referenzprodukte gehabt, das heißt, anhand dessen haben sie die Anomalien erkannt. Warum ich das aber gerade so spannend fand, weil du hast einen tollen Punkt getroffen, denn jetzt nimm wieder das, das war das dritte Beispiel, ich sitze jetzt hier, ich schaue mir meine Daten an und ich stelle nur mit viel Arbeit fest, da ist ein ineffizientes Produkt, die Business Unit läuft nicht so gut und das war der dritte Anwendungsfall, dass die KI dich bei der Report oder bei der Datenanalyse unterstützt hat. Das heißt, du siehst, wo läuft etwas, wie sieht die DB-Rechnung aus, du kannst dann in die entsprechenden Bereiche abtauchen und siehst, im Benchmark sehe ich das Produkt, ah, das läuft einfach nicht, es verkauft sich nicht mehr, die letzten drei Monate waren eine Katastrophe und entweder liegt es daran, weil du das Produkt nicht mehr liefern kannst oder weil das Produkt halt einfach abkömmlich ist. Irgendwann sind alle Produkte mal nicht mehr State of the Art und es müssen neue kommen oder du stellst in deiner Produktstrategie fest, wir haben einen tollen Plan, aber das Produkt verkauft sich nicht und es ist ja besser schnell festzustellen, dass ich ein Produkt eliminieren muss, als es weiter zu produzieren und es verkauft sich nicht, weil am Ende wissen wir beide, wie früher die europäischen Butterberge, was zu viel ist, ist zu viel und wenn sie es nicht verkauft, müssen wir dann etwas an unserer Strategie ändern. Auch da wieder, es unterstützt nur bei der Erkennung von Strukturen und Problemen in allen Bereichen, sei es, du möchtest abtauchen in deine entsprechenden Produktgruppen, Produktwarengruppen, das unterstützt er. Die Entscheidung, ob dieses Produkt dann jetzt wirklich weg kann oder der Kunde vielleicht verloren ist, das macht trotzdem der Mensch, aber er kriegt Entscheidungshilfen. Und ich will noch ein, ich nehme noch ein viertes Beispiel dazu. Wir haben auch einen Kunden, der hat das schon genutzt, um zu sagen, der hat viel rohstoffintensive Produkte und was der gemacht hat, ist am Markt das Web zu untersuchen, wo werden gerade neue Fabriken gebaut, um dann entsprechende Stoffe zu liefern für Lacke, für Farben, für alles Mögliche, was diese Fabrik benötigen kann, um dann einen entsprechenden Sales-Zyklus anzustoßen. Weil woher weißt du denn, wo eine Fabrik erstellt werden wird in nächster Zeit? Du musst es irgendwo gelesen haben oder gehört haben und das zum Beispiel hat auch diese, wenn du so willst, Crawler-Engine gemacht, um dir dann zu sagen, Mensch, die Firma XY oder der Autohersteller XY baut gerade demnächst ein Werk in den USA, Tennessee, im Niemandsland, da wo es schön ist, aber jetzt brauchen die natürlich auch noch alles, was so Lacke, Farben angeht und alles Mögliche an Inneneinrichtungen, da müssten wir eigentlich auch hin und entweder ein Werk dort in der Nähe erstellen oder wir müssen dort entsprechend passend Angebote bereitstellen, damit wir die Stoffe liefern können. Ich fand das zum Beispiel sehr interessant und das stützt für mich ja auch wieder das Thema, ich habe hier einen Prozess, ob das jetzt eine KI ist, würde ich gar nicht mal sagen, aber es ist ein Prozess, der Daten sammelt und die dann aufbereitet, damit du einen Entscheidungsprozess fällen kannst. Ja, ich habe hier zwei Sachen, nämlich das eine Punkt, den du am Anfang angesprochen hast, mit der meine Datenanalyse unterstützen, da bin ich auch wieder skeptisch, weil wir ja auch innerhalb vom Power BI schon mehrere Szenarien gesehen haben oder immer mal wieder durchsprechen, das eine wäre ja, diese Insight auf ein Dataset zu geben, wenn er selber schaut, er kennt teilweise ja nicht die Datenzusammenhänge, um bei deinem Konto zu bleiben, er sieht eine Kontonummer, er sieht eine Kontobezeichnung, dass beides aber schon zusammenhängt, ist für ihn meistens nicht so erkennbar und dann meldet er dir sowohl die Abweichung bei der Kontonummer als auch bei dem Namen und wenn da noch mehrere strukturelle Informationen hinter sind, können sie dich schon sehr, sehr stark überschneiden, da ist dann so die Frage, okay, was machen wir damit? Das andere sind natürlich so Möglichkeiten, wo ich sagen kann, okay, ich möchte gezielt eine Analyse machen, kann ihm bestimmte Strukturwerte vorgeben und kann ihm sagen, dass ich erkennen möchte oder gucken möchte, ob er irgendeine entsprechende Anomalie feststellt auf Basis, warum sich oder ein Einflussfaktor feststellt, auf dem sich dann mein entsprechender Betrag ändert, erhöht oder niedrig, das ist ja auch so eine Erkennung. Der andere Part, den du ja jetzt auch gebracht hast, nochmal mit dem Scrollen, der ist ja super, super spannend, weil wir sehen ja häufig nicht so in dieser Thematik der Datenbeschaffung, sondern wir haben meistens ein Quellsystem, das ist ja so, wir haben die ganze Welt für uns offen, wir könnten alles machen, es gibt ja durchaus Unternehmen, die in dem Rahmen Social Listening hingehen, um dann ihre Social Media Kanäle abzuhorchen oder nach Keywords zu gucken, die sie betreffen, wie du sagst, meinetwegen irgendwelche Firmengründungen oder so, dass man da was feststellt, aber dann eben aus diesen, ja, Wust an unstrukturierten Informationen, Muster zu erkennen, um eine Information daraus zu extrahieren, die ich dann analysieren und nutzen möchte, das ist ja natürlich schon irgendwie gefühlt hohe Kunst, zumindest aus meiner Sicht, ich stelle mir immer nur diesen Wust an Daten vor, die auf die Essenz runter extrahiert werden muss, um da etwas zu machen, ich habe da schon häufig gehört, letztendlich alles, was man so bei Hadoop und so weiter hatte, das ist ja Zählen, Vorkommen und so weiter und das ins entsprechende Verhältnis zu setzen und dann zu analysieren, doch finde ich es schon sehr, sehr spannend, aber wie sieht es denn bei den Themen aus, hast du dich schon mal um diese gesamte Co-Pilot-Geschichte beschäftigt und angeguckt? Ja, ein wenig, also ich muss tatsächlich sagen, wenn wir das jetzt auf diese Co-Pilot-Ecke schieben, ich habe das tatsächlich auch schon für einige Kunden genutzt, im Sinne von Kennzahlen erstellen, was tatsächlich wirklich einfach ist, weil, wie sagt es immer jeder Kunde zu mir, ich verstehe ja, was ich fachlich abbilden will, aber jetzt muss ich diese Sprache benutzen, wir nennen sie mal nicht einfach nur mal DAX, er muss es benutzen und was den meisten ist, fehlt es dieser Angang, wie mache ich das jetzt, wie erstelle ich diese Kennzahl und da ist der Co-Pilot wirklich eine Mega-Unterstützung und es geht rasend schnell, mal eben eine kleine Kennzahl zu bauen damit und es unterstützt mich total, das ist genauso, wenn du den Frageassistenten benutzt, ich möchte oben im Header einen Filter anzeigen, das geht ja auch wirklich einfach, man muss es halt einfach nur verstehen und ich finde, diese Unterstützung, die sind ja das, was das Leben nachher am Ende leichter macht, einziges Problem, was ich dabei immer sehe, alle glauben, wenn Co-Pilot kommt oder was es da gibt, dass demnächst muss keiner mehr Berichte bauen, davon bin ich noch längst nicht überzeugt, denn ich glaube, wir sind ja sehr deutsch geprägt, er wird ihn ja nicht so bauen, wie mein Kunde den gerne hätte, wahrscheinlich wird das wieder in die Richtung gehen, wir schaffen eine 80-Prozent-Lösung und die letzten 20 sind wieder extrem aufwendig, aber ich will da nicht schwarzmalen und das wollte ich mir für diese Woche auf die Fahne schreiben, es wird sich ändern, wir werden uns ändern und die Arbeit wird eine andere, aber es wird dadurch jetzt nicht weniger Arbeit, es wird nur eine andere Arbeit. Ja, ich finde das sehr schwierig, weil tatsächlich habe ich auch mit einem Entwicklerkollegen bei uns gesprochen, der das noch mehr in seiner Entwicklung mit reinbrachte, der war auch weniger begeistert, ich bin auch ein bisschen mit dem Erstellen finde ich es schwieriger, was ich wiederum gut finde, ist diese ganze Kram der Dokumentation oder Beschreibung, also super gute Beispiele schon gehabt, dass man hingegangen ist, hatte einen SQL-Code, den man vor x Jahren mal geschrieben hat und hat ihm ChatGVT zum Beispiel oder Copilot den gegeben und hat gesagt, ich möchte den ganz gerne mal in natürlicher Sprache beschrieben haben, so, dass ich einen Fachanwender oder so auch verstehen kann, was passiert denn eigentlich bitteschön in dieser SQL-Sprache. Bin ich bei, da finde ich das super, ich habe Beispiele gesehen, wo im Prinzip im M-Code auch gesagt wurde, mach doch mal bitte für jede Zeile eine Zusammenpassung, was da passiert als Dokumentation oben drüber, das kann man ja da machen, dann hat man das auch bei sich mit drin, was ich aber auch wieder noch an Artikel gelesen habe und das ist bei mir dann auch wieder ein bisschen mit reingekommen, ist, dass wir heutzutage sehr viel in elektronischen Medien da sind. Das bedeutet, wir tippen sehr viel, wir haben überall eine Rechtschreibkorrektur und Grammatik dabei und es lässt sich wohl schon darstellen oder zeigen, dass eben Leute mit, ja, wenn sie handschriftlich schreiben, zum einen schlechter schreiben und dass auch die Sprache, die dann geschrieben wird, schlechter wird und man schließt sogar noch daraus, dass es kommt, dass ich ja innerhalb der elektronischen Medien Texte schreiben kann, lesen kann und kann ihn dann nochmal umstellen, den Satz, ich kann nochmal Sachen wegstreichen, korrigieren und wenn ich es handschriftlich mache, ja, das sieht nachher dann irgendwann mal wie ein Flickenteppich aus, also wir bringen mehr die Aktion des Schreibens, währenddem wir es machen und wir denken nicht mehr so lange drüber nach, was wir schreiben wollen, bevor wir den Stift ansetzen und schreiben, also da sieht man schon solche Problematiken und ich habe die Befürchtung, dass das auch weiterführen könnte innerhalb von technischen Bereichen, bedeutet, die KI hat natürlich auch nur das an Kenntnissen oder, ja, Sprachstand, wie man entwickelt, was es aufgesaugt hat, ohne Bewertung, also auch da habe ich schon mal gehört, schlechte Stile hat ja auch teilweise, den Code hätte man heute nicht mehr so geschrieben und zum anderen, dass die Leute, die das Ganze anwenden, sich nicht mehr mit der Materie an sich beschäftigen, solange es funktioniert und auch da ist wieder sehr, sehr kritisch zu sehen eben wieder und da sind wir wieder am Anfang, was du kritisierst hast, diese 80% und ich habe das Gefühl, wenn du sagst, ja okay, 80% Datenaufbereitung reicht mir, von den 80% ein Modell in Güte, 80% und darauf ein Bericht, der 80% Qualität hat, du, ich bin so schlecht im Rechnen, was haben wir denn da eigentlich noch an Output qualitativ? Um die Frage zu beantworten, Markus, auf alle Fälle weniger als 80%, da kann ich dir ganz sicher, aber wir wollen jetzt heute keine Mathestunde machen, aber ich möchte mal auf diese zwei Punkte eingehen, ich fange mit dem Codeschreiben an, ich weiß, ich zum Beispiel hatte letztens auch dazu mit Kollegen gesprochen, die nutzen zum Beispiel ChatGPT dazu, um zu sagen, hier ist mein SQL-Code, irgendwie klappt das noch nicht so ganz und jetzt gibt es natürlich auch immer noch Tools, die können kein IntelliSense, die schmeißen das in ChatGPT, der erstens validiert, was wolltest du eigentlich wirklich machen und der teilweise dann auch sagt, die Reihenfolge deiner SQL-Abfrage ist nicht korrekt und an der Zeile 37 fehlt die Klammer und ich muss ganz ehrlich sagen, um solche Tätigkeiten abzunehmen, also ich nenne es mal die einfachen Tätigkeiten, finde ich das wirklich gut, am Ende habe ich aber trotzdem noch Sorge, weil das ist mir auch schon aufgefallen, auch Code zu übersetzen von SQL auf eine andere Sprache, ich muss gestehen, da hat mich ChatGPT nicht überzeugt und ich muss auch sagen, dieses Thema auch schlechter Code ist damals im Internet unterwegs und ist bestimmt auch heute noch, auch all das finden wir ja in ChatGPT wieder und schon ist wieder der Punkt, da komme ich zum Anfang, ohne den Menschen, der die Entscheidung am Ende trifft, wird es nicht funktionieren, Markus. Ich will allen die Angst dazu nehmen, KI kannst du nehmen, aber am Ende musst du trotzdem noch so ein bisschen deinen Kopf einschalten und da sind wir bei den letzten 20%, da erwarte ich noch Qualität und mit 80% Datenqualität kann ich nicht leben, es müssen schon deutlich mehr sein und eigentlich sollte es ja 100% und Markus streiche die eigentlich, es sind 100%, ansonsten haben wir ja mit unserem Geschäft ein Problem, denn wenn das Vorsystem in unserem BI-System nicht abgebildet werden kann und die Zahlen nicht übereinstimmen, haben wir immer ein Problem, ja, und entweder ist es dann nicht im Vorsystem gebucht, dann habe ich aber trotzdem alles richtig abgebildet oder wir haben auch ein zweites Vorsystem, sei es, wir hätten ein Navision und SAP nebenher und in beiden werden Teile davon gebucht, kommt ja auch durchaus vor, habe ich auch schon Kunden von gehabt, aber wichtig für mich ist eigentlich, am Ende sollte 100% rauskommen, was die Lösung angeht, ansonsten ist es für mich ja keine Lösung und auch hier könntest du sagen, ja, ein Projekt wird nie fertig, doch ein Projekt kann man klar definieren von Anfang bis Ende und wenn es fertig ist, ist es fertig, ansonsten wäre das ein zweites Projekt, aber dann sind wir wieder bei dem Thema, wir haben ja eigentlich gesagt, wie kann uns KI helfen, ich stelle für mich immer wieder fest, es ist nicht so leicht und viele haben davor Angst, dass sie uns diese Arbeit nicht nur abnimmt, sondern du überflüssig wirst, ich kann dir sagen, da glaube ich tatsächlich nicht dran, wir sollten nur darauf achten, dass man das nicht immer nur so als gegeben hinnimmt, das ist so, wie der Kollege sagt, das geht so nicht dem Produkt A, doch, man muss sich das in Ruhe anschauen, also ich bin da immer ein bisschen skeptisch, aber ich bin positiv skeptisch, weil ich möchte die neuen Produkte nutzen, weil sie mir wahrscheinlich viel Zeit abnehmen und ich nehme wieder das Beispiel deiner Dokumentation, ich habe einen Kunden, der hat gesagt, ey, ich habe hier so viel Code in Power BI, den lasse ich mir dokumentieren von Chat und ja, nach meiner Rückfrage sagt er, ja, das hätte ich auch selber dokumentieren können, aber nicht in dieser Qualität und Geschwindigkeit, dass ich was nacharbeiten muss, ohne Frage, lesen musst du es eh und ich glaube, das macht man bei jedem Dokument, du liest es ja auch nochmal, ob das so stimmig ist, es ist wie eine E-Mail-Texte, den du schreibst, ja, ich weiß das von meiner Tochter, dass sie im Studium schon dazu wieder übergehen, dass du Dinge handschriftlich abgeben musst und da wissen wir beide, das wird mit deinem Chat GPT nicht klappen, du könntest es aber abschreiben. Ja, ja, wobei ich tatsächlich auch da viel festgestellt habe, wenn erstmal eine gewisse Masse da ist oder so, fällt es einem schwer, also wenn wir jetzt mal da hinsprechen, wir lassen uns von ChatGPT einen Text schreiben, da nochmal hinzugehen und einen fertigen Text umzustellen oder umzuändern, man wird auch faul, man macht es nicht, wenn es aus der eigenen Feder kommt oder so und du den kompletten Prozess durchlaufen musst, dann machst du schon was, aber wenn du es jetzt abändern müsstest, das wäre ja meinetwegen, wie heißt das denn im Machine Learning, diese Transformer-Modelle, die etwas nehmen und das einfach nochmal in andere Formen überführen, das wäre ja in die Tätigkeit, die der Mensch da reingeht. Ich glaube auch, dass wir viel Unterstützung bekommen können. Ich habe tatsächlich manchmal ein bisschen die Sorge, dass wir uns die Einfachen arbeiten, die uns die KI auch abnehmen soll, zum einen, aber dadurch wir eine sehr, sehr hohe Last auf die Leute bekommen, dass die immer am oberen Ende arbeiten müssen und eben nicht diese einfach mal Kopf abschalten und mal ein bisschen was wegarbeiten, dass das nicht mehr geben wird. Ich habe die Sorge, dass die Personen, die entscheiden, dass eine KI eingesetzt wird, eben nicht den Weitblick haben, was die Personen, die dadurch wahrscheinlich mit dem Hintergedanken ersetzt zu werden, wirklich leistet oder die Arbeit auch nicht so bewerten können, sondern dann meinetwegen auch erst mal mit den 80 Prozent zufrieden sind, wo jemand dann die Hände über Kopf zusammenschlägt und sagt, ja, die 80 Prozent waren jetzt im ersten Monat, aber soweit wir zwei, drei, vier Monate weiter sind, kann das schon ganz schön kritisch werden und ja, wie gesagt, ich bin immer beeindruckt, was die KI leisten kann, finde es auch schön, bin aber dann wiederum erstaunt, wie viel dazwischen bei mir noch nicht so ankommt, wo ich auch wieder sagen muss, dass ich gefühlstechnisch viele Sachen in unserem Themenbereich doch auf einer menschlichen Ebene ablaufen, in der Diskussion und strategisch in Rahmen, wo die KI, glaube ich, auch nicht eingesetzt werden kann, liegt vielleicht auch ein bisschen mit an unserer Arbeit, ich weiß nicht oder bis, ich höre jetzt bei dir auch noch nicht so raus, dass in deinem Szenario du so viele KI-Anwendungsfälle hast, dass du fast nichts mehr zu tun hast. Nein, nein. Ich möchte fast noch sagen, sag mir mal bitte, was ist der KI-Anwendungsfall, wo du sagst, das nutze ich täglich, also ich war wirklich beeindruckt, der Kollege, der mir erzählte, er hat sich die kostenpflichtige Chat-GPT-Sache genommen und er macht damit täglich Diskussionen mit Chat-GPT und sagt, das ist für ihn eine andere Art der Suche geworden, wenn ich bei Google bin und habe ein Problem, dann muss ich die richtigen Suchbegriffe kennen, wenn ich die eingebe, bekomme ich Resultate, eine Liste an Resultaten und kann dann entsprechend abtauchen und mir die Informationen holen. Er sagt, bei Chat-GPT ist es halt anders. Er kann Probleme beschreiben, die er hat, ohne zu wissen, um ihm die Details reinzugeben und kann sich dann von Chat-GPT in einem Dialog förmlich ranarbeiten und Informationen rangeben lassen, die zu seiner Problemstellung passen. Das ist ein super Ding an der Stelle. Gleichzeitig haben wir auch schon mal angesprochen oder hat er auch bestätigt, eigentlich ist ja Chat-GPT, was ja auch hinter Co-Pilot zum größten Teil steckt, ein entsprechendes Sprachmodell, was Sprache oder Texte zu schreiben lernen musste, dabei Wissen aufgesaugt hat, aber deswegen kann es zum Beispiel Chat-GPT nicht so gut rechnen, weil es eigentlich nicht die Rechenaufgabe kann, sondern es versucht, einen Text zu schreiben und dir dann Wahrscheinlichkeit anzugeben und kommt dann vielleicht auch dahin. Aber er hat ihnen eine logische Aufgabe gestellt. Aus einem Grundschulheft von seinen Kindern hat er abfotografiert, die Bilderkennung hat, den Inhalt transferiert und er hat gesagt, was kommt jetzt an Position Y, an so ein Zahlenspiel rein. Chat-GPT hat die falsche Antwort gegeben. Nachdem er mit ihm einen Dialog gemacht hat und ihm die Logik erklärt hat, konnte auch Chat-GPT diese Aufgabe lösen. Also es ist interessant, ich sehe es auch wirklich so ein bisschen im entertainigen Bereich finde ich das viel mehr AI besser als wirklich in meinem Arbeitsalltag. Klar kann ich geben lassen, Chat-GPT schreibt mir mal bitte eine Measure für folgende Kennzahlenberechnung, aber die Verprobung und die Abnahme und die Inbetriebnahme muss ich ja auch wieder komplett machen. und daher in meinem Bereich habe ich das häufig noch nicht so festgestellt, dass mir da viel KI über dem Weg läuft. Auch in der Datenaufbereitung habe ich noch nicht herausgefunden, wie ich ihm sagen kann, hier ist eine Tabelle, die kommt aus einem bestimmten ERP-System und ich möchte jetzt ganz gerne, dass er mir eine Dimensionstabelle dafür erstellt oder so. Und in dem Dialog, dass ich dann immer wieder gezeigt kriege und nachher sagen kann, ja, das entspricht meiner Erwartung, habe ich noch nicht gehabt. Hast du irgendwas gehabt? Nein, ich hatte ja nur diese Beispiele, die tatsächlich wirklich etwas helfen. Wie gesagt, Kontenmapping und ähnliches, aber ich bin bei dir. Es nimmt dir die Arbeit nicht komplett ab, aber gerade so wiederholende Tätigkeiten, die du immer wieder hast, die immer wieder dazukommen, die du, nimm wieder das Beispiel, du hast, wenn die Controller das von früher noch kennen, in ihrem Access-Sheet, um den Bericht für heute vorzubereiten, Copy und Paste auf die neue Seite, ein bisschen was einfügen. Solche Tätigkeiten kann man ja irgendwie verlagern. Also, dass du nicht solche Monkey-Work jeden Tag wieder machen musst, wie es immer so schön heißt. Aber am Ende ist es so, dass vieles kann er halt einfach nicht, weil er den Prozess nicht in der Tiefe kennt oder jeder hat ein anderes Modell. Und die KI kann ja auch nur das rausgeben, was sie in irgendeiner Form schon mal gesehen, gehört und auch verarbeitet hat. Und ich muss immer feststellen, manche Dinge gingen richtig gut, gerade bei ChatGPT, also was Texte anschreiben geht. Manchmal denkst du, wow, was für tolle Texte. Und manchmal denkst du, ja, ich wollte aber jetzt keine wissenschaftliche Abhandlung, sondern nur einen kurzen Text zu einem Thema oder formuliere mir das mal um, dass mir manchmal einen Tick zu drüber und bei dem im privaten Bereich, also jetzt Business geht so, beim privaten Bereich muss ich sagen, mir sind manchmal auch die Vorschläge von der Engine, was ich mir jetzt vielleicht doch anschauen könnte, auf Basis dessen, was ich schon gesehen habe. Ganz ehrlich, dem kann ich nicht immer so folgen, weil manchmal bin ich der Meinung, und ich weiß ja nicht, wie diese Engine das berechnet hat, aber das wäre nicht mein Vorschlag gewesen. Das kann ich schon mal so sagen. Aber auch hier gilt, es hilft und am Ende musst du trotzdem noch viel selbst, das Hirn einschalten, wie man immer so schön sagt, und dann funktioniert das auch wirklich ganz gut. Und gerade Tätigkeiten, die vielleicht nervig sind und langwierig, wo man viel produzieren muss, eben Dokumentation, da kann das extrem helfen. Damit würde ich quasi sagen, das wären für mich so die Key Insights, es wird noch besser werden, es ist aber noch nicht da, dass ich sagen würde, es kann komplette Prozesse allein, es kann aber viel unterstützen und wie gesagt, ich nehme diese drei Beispiele von vorhin, das ist ein prozessgetriebenes Thema, du musst trotzdem zwischendurch eingreifen, guckst es dir an, ah, alles klar, hat gut funktioniert, ich mache kurze Korrekturen und dann darf der Prozess weiterlaufen. Das heißt, das ETL wird quasi gestoppt, um dann die Planzahlen nicht da reinzuladen, sondern du sagst, ah, jetzt passt, ich habe nochmal geprüft, ist okay. Und erst dann geht der Prozess weiter, aber das bedeutet immer, dass jemand draufschauen muss und der Hinweis, dass hier nochmal was zu prüfen ist, muss dann halt vorher per Mail erfolgen, weil ansonsten müsstest du ja die ganze Zeit am PC sitzen und den ETL-Prozess beobachten, ist ja auch keine gute Tätigkeit. Insofern, Unterstützung muss sein. Ja, okay, aber das war ja in der, also würde ich jetzt sagen, war in der industriellen Revolution ja wirklich auch so. Also im Prinzip haben ja vorher Leute die Arbeit verrichtet, dann war die Maschine gekommen und es gibt halt Leute, die in den großen Maschinenhallen rumlaufen und gucken, wo eine Lampe leuchtet, um dann einzugreifen. Und das ist jetzt mittlerweile deren Job, anwesend sein und warten, ob irgendwo eine Störung ist und dann entsprechend Entscheidungen treffen und die entsprechenden Protokolle abarbeiten oder so, wenn es welche gibt. Also auch da wieder sehr, sehr speziell. Und in dem Rahmen, also wie gesagt, ich kann mir auch nicht vorstellen, wie es jetzt wirklich weitergeht. Ich glaube schon, dass es uns an vielen Stellen überraschen wird. Wir sind ja auch heutzutage von, also wie gesagt, ich bin immer wieder beeindruckt, gerade was unsere Sinne berührt. Also wenn Sprachsynthese kommt, und wenn Bilder generiert werden, da sind echt tolle Ergebnisse bei, die gezeigt werden. Genauso die Arbeit, wenn ich jetzt mal vorstelle, Untertitel für Videos machen, diese Transkrippierung, gleichzeitig die Problematik. Früher hat man sich getroffen in einem Besprechungsraum und es wurde ein Protokoll gemacht. Jetzt bist du in einem Webmeeting. Es kann das Video aufgezeichnet werden. Es kann sofort das Video transkrippiert werden und allen rausschicken. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das nicht auch ein bisschen in diese, es kommen ja noch diese Datenschutzproblematiken rein, ob ich das eigentlich auch immer will, dass ich an jeder Zeit zu allen Dingern wirklich ein Protokoll haben kann und so weiter, ob diese Menschlichkeit nicht irgendwann verloren geht. Aber, KI ist echt ein hartes Thema. Aber du siehst, wie unterschiedlich wir beide damit umgehen. Und ich glaube, Markus, lass es mal den Sack zumachen. Ich würde sagen, wir haben ja jetzt für uns beide festgestellt, es gibt da Dinge, die sind gut, Dinge, die sind weniger gut oder wo wir vielleicht noch Nacharbeit haben. Lass uns mal die drei Dinge für den Nachhauseweg. Und ich fange quasi mit dem ersten an, wenn es für dich okay ist. Ja. Ich glaube, was wir damit schaffen, da wo wir manuelle Prozesse haben, wo wir Prognosen machen oder ähnliches, die anfällig für Fehler sind, gerade wenn, stell dir vor, du machst das jeden Tag fünfmal, irgendwann hast du auch keine Lust mehr draufzuschauen und wischt schnell drüber. Da kann die KI unterstützen. Das heißt, gerade solche Themen wie Algorithmen, die dich dabei unterstützen, gewisse Dinge, die immer wieder zu wiederholen sind. Tolles Ding. Am Ende musst du dann vielleicht nicht mehr diese langweilige Arbeit machen, aber es ist halt eine andere Tätigkeit, wie eben auf die Maschine schauen, ob da ein Lämpchen leuchtet. Und insofern ist das auch bei anderen Prozessen so. Sie kann helfen, aber du bist trotzdem noch im Prozess involviert. Ja, da gehe ich auch mit in dem Rahmen. Punkt zwei, mit dieser Unterstützungssache. KI kann an vielen Stellen auch inspirierend sein. Auch das habe ich eben zum Beispiel mit Lernen aus Beispielen gesehen. Wenn man dann erstmal so ein paar Sachen eingibt, man merkt plötzlich, die KI nimmt einen ganz anderen Weg, weil es gar nicht unsere Denkmuster hat, sondern eben mit ganz anderen Mustern arbeitet und kommt zum gleichen Ziel. Genauso fiel es mir eben ein mit der Validierung der Eingabewerte. Wahrscheinlich wird er auf die Vorwerte und so weiter und wird gucken, wo es größere Abweichungen gibt, Anomalien gibt. Er kann wahrscheinlich aber gar nicht die entsprechenden Treiber sehen und wird nicht jetzt irgendwie durchrechnen, ob die Werte rechnerisch aufeinander passen. Nein, macht man gar nicht. Man guckt einfach, ob das Muster passt, ob das Muster vom Wert zu Wert passt und wenn da etwas nicht stimmt, dann wird wahrscheinlich einen entsprechenden Alert geben und man kann das selber durchrechnen und irgendwie da hinkommen. Ja, passt wirklich nicht und er hat es einfach über eine Mustererkennung gemacht. Wäre für mich, also wirklich auch nochmal wieder Punkt zwei, die Thematik unterstützen und inspirieren durch KI und nicht als Endresultat direkt nehmen. Drei Deins? Drei Meins. Ich glaube, was das wirklich schaffen kann, gerade wenn es wieder um unser Thema Daten geht, es kann halt in kürzester Zeit große Datenmengen schnell verarbeiten, analysieren und dir entsprechende Insights aufbereiten und darauf wollen wir doch hin, denn du willst am Ende relativ high level erkennen, läuft das gerade gut, läuft das schlecht und du musst ja dann trotzdem in die Datenanalyse abtauchen, aber wenn der Millionen Datensätze so schnell lesen kann, das schaffen wir als Menschen nicht. Also ist das für mich so ein bisschen so eine Art Vorarbeiter, der mir das dann auf den Tisch legt und sagt, schau mal bitte über folgende Strukturen und Zahlen und dann treffe ich die Entscheidung. Also ich will es nicht verteufeln. Ich glaube, KI kann vieles gut machen, aber wie der Kollege so schön sagte, ohne den Menschen, der am Ende entscheidet und dafür die Verantwortung übernimmt, geht es nicht. Damit würde ich das quasi auch für heute sozusagen abbinden und wenn du nichts mehr hast, Markus, würde ich sagen, danke für die inspirierenden Worte heute, für das tolle Gespräch und auf ein Neues. Ich habe tatsächlich noch was und zwar habe ich mir vor kurzem angeguckt, dass eine KI per Reinforcement Learning Pokémon Rote Edition gespielt hat und das ist super spannend, mal die Wege zu sehen, wie die KI das läuft und wie oft der Mensch eingreifen musste und entsprechend dieses Belohnungssystem steuern musste, damit die KI ein Level weiterkam oder so, weil es einfach unter der Regelvorgabe oder die Belohnung, die der Mensch vorgegeben hat, mit der Ist-Situation sehr zufrieden war. Also bis dahin, ciao. Ciao, Markus. Das waren The Data Brothers. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Hinterlass doch eine positive Bewertung, egal wo du uns hörst. Abonniere den Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis dahin, alles Gute von Markus und Andreas.